Unser schönes Bundesland Rheinland-Pfalz ist reich an Kultur und steckt voller Überraschungen. Heute bringen wir die Reichsburg Triefels bei Anweiler zu Ihnen nach Hause. Die Triefels war eine mächtige Burg der Stauferzeit. Sie war Heimat der Reiskleinodien, Krone, Zepter und Reisapfel. Sie war aber auch ein berüchtigtes Gefängnis für einen berühmten Promi aus dem Mittelalter, den englischen König Richard Löwenherz, der auf der Triefels einen vorübergehenden Shutdown erleben musste. Die aufregende Legende, wie er aus dem Gefängnis freikam, kann man auf der Triefels bei Schauspielerführungen miterleben. Und bald sehen wir uns wieder auf der Reichsburg Triefels. Wir freuen uns auf Sie!